Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von LANDEG TV. Wir sind heute in der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel. Nehmen wir eine Lehrerin, wenn du dir vielleicht kurz vorstellen könntest. Hallo, ich bin Martina Pomadelli. Ich arbeite seit acht Jahren hier sehr begeistert an der Schule und bin jetzt zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich werde euch heute die Vielfalt unserer Schule zeigen. Dann sind wir sehr gespannt. Ja Martina, wo befinden wir uns jetzt? Da sind wir jetzt im Herzen der Fachberufsschule für Tourismus und Handel im Sekretariat. Unsere zwei Sekretärinnen bewältigen alles, was von buchhalterisch bis zu Büroangelegenheiten, bis zu Anmeldungen. Also sie sind wirklich zwei Spitzenleute. Jetzt gehen wir weiter zum Direktor. Ja, fein. Wir sind jetzt da bei der Direktion. Herr Direktor, wenn Sie uns vielleicht für die Zuseher die Schule noch mal vorstellen könnten und was wir heute alles sehen. Ich bin seit 1. September des letzten Jahres Direktor hier an der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel. Wir unterrichten hier an der Schule die Hotel- und Gastgewerbeassistenten. Das sind circa 320 Schüler, Schülerinnen. Wir haben dann die Köche, die Restaurantfachleute und die Doppelberufler, die Gastronomiefachleute, früher Koch, Kellner und zudem noch den Bereich Handel. Von den Aufteilungen her, die Hotel- und Gastgewerbeassistenten und die Gastronomiefachleute kommen von ganz Tirol. Die Köche und Restaurantfachleute von den Bezirken Landeck und Imst und der Bereich Handel von Bezirk Landeck. Ja, ich selber bin seit 25 Jahren ist diese Schule meine Stammschule. Ich war 15 Jahre in der Lehrer- und Vorbildung tätig und eben seit September da an der Schule Direktor. Habe vorher auch am Tiroler Bildungsservice in der Redaktion gearbeitet und bin seit 20 Jahren selbstständiger Unternehmensberater. Habe mich aber jetzt seit 1. September auf einzig und allein diese Aufgabe als Direktor spezialisiert oder konzentriert. Ja, was Sie sehen, ich glaube, da lassen Sie sich einfach überraschen. Gehen Sie ein bisschen durchs ganze Haus, schauen Sie sich an, was in den einzelnen Bereichen unterrichtet wird, was die Schüler hier an der Schule machen. Wir haben also in der nächsten Zukunft sehr viele Herausforderungen. Einmal den kompetenzorientierten Unterricht. Es werden alle Lehrpläne bis 2015 auf kompetenzorientierten Unterricht umgestellt. Das heißt, die Schüler sollen noch mehr handlungsorientiert unterrichtet werden. Sie sollen noch mehr Lern- und Übungsphasen haben in der Schule. Also hier eine große Herausforderung. Die gesamte Umstellung in Richtung Kompetenzorientierung wird also uns alle sehr stark beschäftigen. Mir persönlich geht es an der Schule auch um diese Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Wir müssen sehr stark mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Wir sind derzeit dabei, ein neues Modell zu entwickeln, gemeinsam mit dem Tourismusausschuss, mit der Wirtschaftskammer. Es geht einfach darum, dass wir ein Modell entwickeln, dass die Lehrlinge einmal eine Lehre haben, zudem die Matura haben. Und da soll in dreieinhalb Jahren nach dem Bolli soll es möglich sein, also wirklich eine Lehre zu machen. Matura dabei und zusätzlich dann die Unternehmerprüfung und ein Auslandssemester. Also ein Modell, glaube ich, das sehr zukunftsorientiert ist. Und wir haben im Bezirk in den nächsten fünf Jahren circa 80 Betriebsübergaben. Und das wird sicher ein interessantes Modell für die Kinder auch der Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja, ansonsten denke ich mir, insgesamt geht es um lebenslanges Lernen. Es geht einfach an der Schule auch darum, Kooperationen, Teamfähigkeit, Coaching und so weiter zu weiterzuentwickeln. Also eine Menge von Herausforderungen. Wenn es darum geht, wie das Ganze umgesetzt wird, dann glaube ich, schauen Sie sich einfach in der Schule direkt um. Hallo. Hallo, herzlich willkommen Frau Hauser im Hotel St. Ternhof. Schön, Sie wieder bei uns zu haben. Hatten Sie eine gute Anreise? Ja, wollen Sie vielleicht ein Erfrischungsgetränk? Ja, der Boris richtet Ihnen gerne etwas her. Möchten Sie lieber ein Wasser oder möchten Sie eine Lemonade geben? Ein Wasser bitte. Gerne. Darf ich mal gleich die Unterlagen nehmen? Bitte gern. So, wir füllen jetzt gerade nur die Meldeunterlagen aus und die Viktoria erklärt Ihnen die ganzen Einzelheiten und das Modell nochmal, gell? Super. Wie Sie wahrscheinlich eh noch vom letzten Jahr wissen, ich erfrische Ihnen gerade nur die Uhrzeiten. Hier ist unsere Willkommensmappe und wie üblich immer Frühstück von sieben bis zehn am Morgen, Abendessen von halb sieben bis halb neun am Abend und von drei bis fünf haben wir Kuchenbuffet am Nachmittag und der Wellnessbereich ist wie immer von sieben Uhr am Morgen bis acht Uhr am Abend geöffnet. Haben Sie sonst noch Fragen oder ist sonst alles klar noch vom letzten Jahr, oder? Gut, also Ihre Zimmernummer wäre gerade die 102, auch hier wie letztes Jahr im ersten Stock und der Boris kann Sie gerne aufs Zimmer führen. Liebe Zuseher, neben mir ist jetzt die Jasmin. Jasmin, ihr habt gerade ganz professionell ein Check-in durchgeführt. Was lernt Sie jetzt alles da in der Schule und wie lange dauert die Ausbildung? Ja, danke. Also die Ausbildung geht drei Jahre im Hotel- und Gastgewerbeassistentenberuf. In der Schule haben wir zweimal oder dreimal acht Wochen, wo wir dann die ganzen theoretischen Sachen lernen und im Betrieb dann Service, Küche und vor allem Rezeption und Buchhaltung. Was gefällt dir besonders an einem Beruf? Ja, vor allem die Abwechslung, die acht Wochen Schule und dann wieder im Betrieb zu arbeiten. Das ist eine nette Abwechslung und man kann sich mal erholen vom Schulalltag. Man kann sich dann wieder auf den Beruf freuen, direkt im Hotel mit den Gästen dann Kontakt zu haben. Ja, super. Und was bewegt jetzt dich? Was gefällt dir so besonders an deinem Beruf? Am Beruf gefällt mir immer am meisten der Kundenkontakt, eben direkt an der Rezeption. Du empfangst den Gast, du hast den Kontakt der Form im Gast, am Telefon oder per E-Mail. Das ist halt das, was mich eigentlich bewegt hat, den Beruf auszuüben, das direkte am Gast dann. Dann sage ich vielen Dank. Sie sehen schon, alles stolze Schüler da in der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel. Ich möchte euch heute die Marke Glorify etwas näher bringen. Als erstes würde ich anfangen mit dem Hersteller, dann würde ich anfangen mit Material, dann über Sponsoring und dann auf die verschiedenen Brillen eingehen. Wir sind ja heute in der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel. Was beinhaltet jetzt alles die Sparte Handel? Also der Handel, also sprich der Einzelhandel bei uns an der Schule, das sind also die Verkäufer und die Verkäuferinnen in der Zukunft, also für die Zukunft. Und die bilden wir an unserer Schule aus. Neben den allgemeinen Fächern wie Rechnungswesen, Wirtschaftskunde, politische Bildung, haben wir den Schwerpunkt auch in Warenkunde. Das heißt, wir lernen die Schüler darüber, wie die ganzen Produkte aufgebaut sind. Und des Weiteren als Schwerpunkt werbetechnisches Praktikum, wo sie lernen, Innenraumgestaltungen zu machen, Schaufenster zu gestalten. Und als dritten Schwerpunkt dann Werbung und Verkauf, also sprich die ganze Verkaufskunde. Angefangen von der Bedarfsanalyse bis hin zu den ganzen Zusatzverkäufen und so weiter. Grüß Gott! Grüß Gott! Das ist jetzt einer unserer neuesten Modelle im Sommer. Das ist die Marke Glorify, die ist ein relativ junger Markt. Sagt mir jetzt gar nichts, kenne ich überhaupt nicht. Ja, für was braucht es denn die Brille? Ja, ich hatte also gerne eine Brille, die für den Sommer und für den Winter geeignet ist. Zum Sporteln hauptsächlich. Jetzt weiß ich nicht, ob das geeignet ist, die Brille. Ist auf jeden Fall geeignet. Es ist jetzt eher eine Gletscherbrille, zum Wandern wie zum Skifahren. Und dadurch, dass sie eher ein dunkleres Glas hat. Okay. Vom Verkaufsgespräch zurück zur Sendung. Ich bin die Sarah. Ich bin Einzelkauffrau im Sportbereich und bin froh, dass ich den Beruf gelernt habe. Ich bin die Miriam. Ich bin die Janine. Und wir arbeiten im M-Preis. Als Einzelhandelskauffrau. Und wir leben meinen Umgang mit den Kundschaften. Ich bin die Maria. Und ich finde, das Schönste ist der abwechslungsreiche Umgang mit den Gästen. Und ich bin eine Restaurantfachfrau. Ich bin die Jessica, meine Restaurantfachfrau. Und es ist einfach ein wahnsinnig abwechslungsreicher Beruf mit den Gästen. Und mit den Weinkunden und alles, was dazugehört. Hallo, ich bin die Jenny. Ich bin Gastronomiefachfrau. Und das Beste ist immer noch die Kreativität in der Küche. Hallo, ich bin der Marco. Ich bin Gastronomiefachmann. Und ich finde es spannend, andere Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen. Hallo, ich bin der Matthias. Ich bin Gastronomiefachmann. Und das Spannendste von mir ist die Abwechslung zwischen Service und Küche. Hallo, ich bin die Anja. Ich bin Gastronomiefachfrau. Und am Schönsten finden wir immer den Umgang mit den Gästen. Servus, ich bin der Alex. Ich bin Gastronomiefachmann. Und mir gefällt einfach alles an Küche und Service. Hallo, ich bin der Kevin. Ich bin Gastronomiefachmann. Was mir so taugt, ist die Aufstecksmöglichkeiten aus Gastronomiefachmann, weil man alles machen kann. So, hallo, ich bin auch der Kevin. Und Gastronomiefachmann. Und ich liebe es einfach, jeden Gast ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ich bin Jasmin. Ich bin Hotel- und Gastgewerbeassistentin. Und mir gefällt vor allem die Abwechslung zwischen Serviceküche und Rezeption. Hallo, ich bin Boris. Ich bin auch Hotel- und Gastgewerbeassistent. Und ja, wir sind Dienstleistung. Ich bin die Viktoria. Ich bin auch Hotel- und Gastgewerbeassistentin. Und das, was mir an dem Beruf so gefällt, ist, dass man einen Einblick in alle Hotelbereiche kriegt und man sie auch dementsprechend vertiefen kann. Hallo, ich bin die Angelika. Ich bin auch Hotel- und Gastgewerbeassistentin. Und mir gefällt der direkte Kontakt am Gast. Servus, ich bin der Raphael. Ich bin Koch. Und mir gefällt am meisten die Kreativität beim Arbeiten. Servus, ich bin der Alexander. Ich bin auch Koch. Und mir gefällt am besten der Spaß in der Küche, den man mit den Kollegen hat. Servus, ich bin der Marco. Und am besten gefällt mir, dass man einfach so viel suchen kann als Koch und so viel Abwechslung hat in dem Beruf. Liebe Zuseher, es gibt auch zahlreiche Zusatzausbildungen da in der Fachberufsschule. Neben mir ist jetzt der Herbert. Herbert, du führst das kreative Kochen durch. Was ist jetzt das genau? Ja, das ist ein Freifach. Das, was wir nach dem Unterricht machen, also es wird nach dem Unterricht gestartet. Das sind, meistens haben wir Blöcke zu vier Stunden. Also vier mal vier Stunden. Da machen wir einmal Suppen und Garnituren. Einmal machen wir Pasteten darin in Galantinen. Einmal machen wir Küchenparty. Ja, sie machen das freiwillig. Also ist wirklich ein Freifach. Sie müssen sich da anmelden. Sie sind mit Ernst bei der Sache, muss ich sagen. Also sie machen da ganz, 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 ganz tolle Sachen. Und da lernen jetzt die Schüler spezielle Sachen zum Kochen, die sie jetzt im Unterricht so nicht sehen. Wir machen also spezielle Sachen, die sie im Unterricht nicht sehen. Weil im Unterricht machen wir, wenn wir das ergänzen, was im Betrieb jetzt noch nicht so erlernend ist, dann wir da ergänzen. Und da im kreativen Kochen, also da können sie dann eher kreativitätfrei in den Lauf lassen. Meistens lasse ich es machen, was sie wollen. Also schon unter Aufsicht natürlich. Aber sie dürfen sich selbst aussuchen, was sie machen. Und da können wir, ja, von Butterfiguren und herrliche Tortenkuchen und auch natürlich ganz tolles Steaks, Schnitzel und so weiter. Kommt da vor und sie machen das. Also muss ich sagen, ganz toll. Sie sind kreativ. Wenn man sie machen lässt, dann passt das schon. Dann läuft das Ganze. Dann passt die heute hin. Ja, ein wichtiger Teil vom Einzelhandel sind natürlich auch die Schaufenster. Wie schaut man es jetzt? Schaut ein richtiges Schaufenster aus? Das richtige Schaufenster, weiß ich nicht, ob es es gibt. Es gibt allerdings einige Kriterien zu berücksichtigen. Da dazu gehört, goldener Schnitt ist etwas, das Sie unbedingt wissen müssen. Da dazu gehört Linienführung. Wie werden Waren aufgestellt? Wie werden Warenträger in Auster Linien mal schon aufgestellt? Dort, wo sich dann Linien schneiden, das nennt man dann den sogenannten Schwerpunkt. Das Auge soll nämlich einen Ruhepunkt finden. Einen Punkt, wo sie es ausrosten kann, wo es schauen kann. Dort natürlich soll sich Ware befinden. Ja, es gibt noch einiges andere. Farbe muss man zum Beispiel sehr berücksichtigen. Weniger ist mehr, sagen wir mal so, ist die große Devise für uns. Wir schauen uns noch ein zweites Schaufenster an. Bitte, gerne. Was ist jetzt da zu dem Schaufenster? Okay, da sieht man jetzt sehr schön den Blickfang, diese wunderbaren Augen. Wenn ich da so die mit dem Vergleich, sehr schön. Die Linienführung sehr gut erkennbar. Wir haben da eine waagerechte Linie. Wir haben da eine senkrechte Linie. Wir haben da eine diagonale Linie. Das heißt, wie vorhin schon besprochen, da wo sich die Linien schneiden, da in diesem Ruhepunkt, in diesem sogenannten Schwerpunkt, da soll sich Ware befinden. Und von dem her muss ich sagen, ist dieses Schaufenster ideal aufgebaut. Hallo, entschuldigung, die Störung, darf man mir ganz kurz so eine theoretische Stunde bei dir anschauen? Genau. So, da sind wir jetzt in der Römisch 3e, das sind unsere HGA's. Und die Frau Eberhardt unterrichtet da WSV. Und das ist jetzt eine richtige theoretische Stunde. Martina, WSV, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das? Ich glaube, da fragen man die Schüler selber. Also WSV ist Wirtschaftskunde mit Schriftverkehr. Angefangen haben wir mit einem Bewerbungsschreiben am Computer. Und dann sind wir weitergegangen in die Unternehmensformen und die Rechtsformen, wie so ein Betrieb oder wie so ein Unternehmen eigentlich aufgebaut ist, was für Gesetze es da gibt, wie man sich da eintragen muss. Dann haben wir weitergemacht mit den Rechtsformen. Das haben wir uns vor zwei Wochen aufgeschrieben. Dann haben wir noch Insolvenzverfahren gemacht. Und letzte Woche waren wir eben bei Marketing und Werbung. Aber zufällig hat sich bei einem, bei zwei, bei sieben, die Flore bin ganz dicht ausgeprägt. Martina, drücken wir zwei die Schulbank. In was für einem Fach sind wir denn heute? Wir sind da jetzt in GfK. Das ist ein Teilbereich und das heißt Getränkekunde bei den HGA. Und wir sollten eigentlich so ein Grundwissen über den großen Getränkemarkt wissen. Und der Herr Eisenmann macht das eigentlich sehr fachpraktisch. Und ich glaube, danach haben sie wirklich ein Wissen. Getränkekunde ist ein ganz ein geringer Teil bei den HGA, aber ein ganz ein wichtiger Teil. Ja, Martina, ihr bietet ja auch den Schülerinnen die Möglichkeit zum Schlafen da an. Was gibt es jetzt vom Internet zu sagen? Also, erstens sind wir sehr stolz, dass wir das Internet dabei haben, weil sehr viele Schüler von außen kommen, Osttirol, und die müssen natürlich da schlafen. Und ich glaube auch, es ist einfach lerntechnisch gesehen besser, wenn sie da schlafen, geregelte Zeiten. Ah, Raphael, du kommst mir gerade recht. Der Raphael ist unser Heimsprecher und der kann dann natürlich alles sagen. Dann fragen wir ihn Raphael. Raphael, du bist selber im Heim. Wie läuft es jetzt da ab? Ja, wir haben geregelte Zeiten, also Aufstehzeiten und Lernzeiten, was ich eigentlich ziemlich gut finde, weil wir haben die Möglichkeit, eine Stunde zu lernen, Pflichtstudium. Und da ist die Möglichkeit gegeben, dass wir mit Schülern lernen können, wo den gleichen Stoff durchnehmen. Und vom Internat her, was habt ihr für Freizeitmöglichkeiten? Ja, wir haben da draußen einen Volleyballplatz, oder die Sporthalle unten, wo jede Woche Fußball angeboten wird. Und im Keller unten sind Tischtennisplatten und Tischkicker gibt es auch noch. Super, zeigst du uns noch ein Zimmer? Ja, mache ich gerne. Liebe Zuseher, wir sind jetzt in einem Zimmer von einem Internat. Raphael, sauber habt ihr es da. Was gibt es zu den Zimmern zu sagen? Ja, wir haben halt unsere Zeiten, wo wir aufstehen müssen. Am 6 Uhr müssen wir aufstehen. Dann haben wir Zeit, 50 Minuten zum Zimmer putzen, jeden Tag. Was ich auch ziemlich gut finde, weil in unserem Beruf gehört Hygiene einfach dazu. Und wenn es am Morgen nicht sauber ist, dann müssen wir am Mittag nochmal hochgehen, um das erneut zu putzen. Zu wie viel seid ihr jetzt im Zimmer? Ja, wir sind meistens zu dritt. Man kann aber auch zur Zeit sein, wie wir jetzt da gerade sind. Man darf es sich eigentlich auch aussuchen, mit wem man da die zwei Monate ins Zimmer geht. Martina, wie wir das sehen, zwei wunderschön hergerichtete Tische. Da steht jetzt ganz viel Wasser. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir bieten an unserer Schule als Zusatzausbildung nicht nur den Jungsfamilie an, sondern auch den Wasserexperten. Der Wasserexperte, da müssen sie auch die Wasserarten kennen. Sie müssen Gesundheit und Wirkung von Wasser kennen. Sie müssen sie verkosten kennen. Wir haben es auch beim Jungsfamilie gesehen haben. Sie müssen es präsentieren. Und darum machen wir es. Sie müssen lernen, Zusatzverkäufe machen. Der Wasserexperte wird auch, und das bewundere ja meine Schüler, immer nach den Stunden, was sie offiziell machen müssen, machen sie das als Zusatzausbildung in der ersten Klasse. Also das hat sehr viel Kraft. Und sie setzen sich da voll ein, wird auch mit einer Prüfung wieder abgeschlossen. Und danach sind sie Wasserexperten. Martina, und da im Tisch neben uns, was passiert da alles? In Zukunft möchten wir auch einen Kaffee-Experten anbieten. Das heißt, es ist auch wieder eine Zusatzausbildung, was in Zukunft möglich ist bei uns. Sie müssen über Kaffeearten, Kaffeesorten, Kaffeegeschmack, Kaffeegetränke, das Wissen müssen sie sich aneignen. Ich finde das ganz eine tolle Zusatzausbildung, was wir in Zukunft da machen können. Und ganz wichtig ist einfach, Kaffee ist auch wie Wasser in Zukunft wichtig für den Umsatz. Und da sollten Sie Bescheid wissen. Wir schauen uns jetzt an, wie da so ein ganz spezieller Rüdesheimer Kaffee zubereitet wird. Was ist das genau und wie läuft das? Ein Rüdesheimer Kaffee ist eine Kaffeespezialität aus Deutschland. Und als ganz am Anfang werden wir zwei Würfelzucker in die spezielle Rüdesheimer Kaffee-Tasse hineingeben. Dann wird das Kanner auf das Erhitzungsgerät geben, das ein bisschen heiß ist. Der Aschbach-Urhalt, ein deutsches Walddestillat, wird hineingeben. Der wird dann leicht erhitzt. Dann wird die Kanner genommen und mit dem Feuer flambiert. Und dann wird es auf die Zuckerwürfel geben, dass sich der Zucker auflöst. Zum Schluss nehmen wir noch ein bisschen um, dass sich der Zucker schneller auflöst. Und dann wird es zum Schluss noch einen Kaffee drauf geben. Wenn man da nicht munter wird, was dann? Ich möchte euch heute einen Grünen-Berliner Federspiel 2011er-Jagung vom Weingut Schmelzer vom Pichlbein. Das ist die Lage in der Wachau von Oberherkimp aus Niederösterreich. Ein trockener Qualitätswein ist es. Und ich würde ihn gerne öffnen, wenn ich das. Ja, Martina, wir sitzen jetzt mitten in einer Jungsfamilie-Ausbildung. Was passiert jetzt da alles? Also das, was wir jetzt kratieren, das gehört dazu zu der Jungsfamilie-Ausbildung. Und das ist den Wein analysieren von Kosten. Unsere Jungsfamilies müssen da die Rebsote erkennen. Sie gehen danach mal System fahren. Das ist das COS-System. Auge, Nase, Mund. Sie schauen, was sehen Sie im Glas, was riechen Sie im Glas und was schmecken Sie. Das gehört in unserer Ausbildung dazu. Diese Ausbildung geht drei Jahre. Dort müssen Sie wirklich alle Kenntnisse und Fertigkeiten eines Jungsfamilies erlernen. Und danach schließen Sie, Sie schließen jetzt mit einer Prüfung ab. Und das ist eine theoretische Prüfung. Da haben Sie 220 Fragen, die müssen Sie kennen. Nachher eine sensorische Verkostung. Sie müssen fünf Weine erkennen. Das ist ein Wahnsinn. Und dann am nächsten Donnerstag die praktische Prüfung. Wenn Sie das alles geschafft haben, die drei Jahre, sind Sie Jungsfamilie von DFBs Landeck. Neben mir ist jetzt der Matthias. Matthias, du hast den Wein verkostet. Kannst du uns da was dazu sagen? Natürlich. Also wir haben angefangen mit dem Color. Also da schaue ich ja schon mal, der Wein ist klar. Die Farbe liegt so zwischen Gelb mit grünen Reflexen drin. Und wenn ich den Wein so wippe, dann sehe ich dann noch die Schlierumbildung. Also die Viskosität, ob es eine hohe Viskosität ist. Da sehen wir, dass es eine mittlere Viskosität ist. Das war jetzt eigentlich alles bei Color. Dann kommen wir zum Oder, zum Geruch. Der Geruch ist fehlerfrei. Das Aroma ist sehr fruchtig. Es lässt auf Äpfel und Birnen. Wenn man noch genau hinricht, dann spürt man oben, was Pfeffern, was eigentlich typisch für grüne Wettlina ist. Wenn man noch probiert, eine sehr eingebundene Säure. Der Abgang ist auch recht angenehm, also nicht zu lang, also eher so mittelmäßig. Der Alkoholgold ist jetzt auch in der Mitte. Also ich würde draufschließen auf einen grünen Wettlina, so 2011. Das geht zu einem gebratenen Zander mit ein bisschen Petersilch, Kartoffeln und einem gebratenen Gemüse. Dann sage ich vielen Dank. Wir haben einiges erfahren. Liebe Zuseher, neben mir ist jetzt der Heinrich. Heinrich, ihr habt ja auch eine ganz spezielle Zusatzausbildung, was den Käse betrifft. Käse-Sommelier-Ausbildung. Was gibt es jetzt da dazu zum Erzählen? Ja, wir haben unsere Restaurantfachleute, die Hotel- und Gaststättenassistenten und die Köche. Die haben zusätzlich die Möglichkeit, genauso wie der Einzelhandel, dass sie eine Käseausbildung machen. Die Käseausbildung beinhaltet bei uns verschiedene Stunden. Das heißt, in der ersten Klasse haben sie zwei zusätzliche Käse-Stunden pro Woche. In der zweiten Klasse zwei Stunden und in der dritten Klasse. Und in der dritten Klasse haben wir dann die Möglichkeit, dass wir eine Käseprüfung machen. Und wenn wir die super machen, das eigentlich unsere Teilnehmer immer schaffen, dann haben wir eigentlich den Käsekrenner Österreich. Wir lernen da automatisch die Käse von ganz Österreich kennen. Natürlich auch die heimischen Käse, wie jetzt zum Beispiel da die Hofkäserei von Huber aus Galtür. Und wir lernen verschiedene Schnitttechniken und das präsentieren, wie man den Käse richtig aufs Teller bringt. Und bei der Käseprüfung müssen Sie da anhand vom Geschmack etwas erkennen oder wie läuft das ab? Ja, natürlich müssen Sie auch sensorisch das Ganze kennen. Auch natürlich den Käse beschreiben können, degustieren und die richtigen Empfehlungen auch dazu machen mit den Getränken. Egal, ob das jetzt der Wein ist oder das Bier oder natürlich auch alkoholfreie Getränke dazu. Martina, ihr habt das ganze Jahr über verschiedene Projekte und Veranstaltungen, wenn es vielleicht unseren Zuschauern ein bisschen einen Überblick geben kannst. Gerne. Folgendes, in einem Berufsbild ist ein Projektpraktikum drinnen und das ist beim Gastronomie-Fachmann, Fachfrau. Die haben das fünf Stunden in der Woche und die müssen ein Projekt planen und durchführen. Und da kämen Sachen weg, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Der Champion zum Beispiel oder Benefiz-Gala oder das Ifakara oder Gestaltung von Kräutergarten. Also sensationell. Die Kreativität von unseren Schülern lassen wir da komplett frei im Lauf. Und ja, Wahnsinn. Ich kann immer noch sagen, Wahnsinn. Alle Projekte sind immer öffentlich, alle Projekte müssen vorgestellt werden und ich glaube, so etwas kann sich sehen lassen. Und gibt es schon Vorschau auf nächstes Jahr? Nächstes Jahr, es kommt in Zukunft bis 2015 in jedem Lehrberuf Projektpraktikum, das was ich ganz toll finde, weil sie eben da wirklich selbst denken müssen und wirklich selbstständig das ausführen. Und auf nächstes Jahr haben wir schon ziemlich ein paar Projekte geplant, aber das sind ein paar Geheimnisse. Da lassen wir uns überraschen und wir von Landeck TV sind sicher dabei. Liebe Zuseher, wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt. Alle Beiträge von Landeck TV sehen Sie auf www.landeck.tv. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.